Die Frage ist, wie baue ich ein Hallo Welt Beispiel in Talent? Das soll so aussehen wie hier unten auf dem Bild zu erkennen. Und damit das praktisch wird, machen wir das natürlich im Studio. Hier im Repositor in linker Hand habe ich Job Designs. Dort mache ich einen Rechtsklick und wähle Create a Job. Gebe dem Job natürlich einen Namen. Hallo Welt heißt der bei mir. Und bekomme dann hier diesen zentralen Bereich, den sogenannten Designer. In dem Designer eine Komponente einfügen. Am besten mit der linken North-Taste mal reinklicken und dann anfangen zu schreiben. Die Komponente TMSG-Box suche ich, also schreibe ich einfach mal MSG. Und wenn ich sie hier habe, so wie bei mir zu sehen, Doppelklick, dann wird sie eingefügt. Und jetzt eine Doppelklick auf das Icon, um zu den Settings der Komponente zu kommen. Jetzt möchte ich unten den Text ein bisschen ändern. Ich möchte, dass es Hallo Welt wird. Also mache ich das so hier und nun bin ich schon fertig und kann das Ganze mal ausführen. Da gehe ich hier auf Run und auf den Button Run. Und da sehen wir auch schon dieses Meldungsfenster. Wenn ich das mit OK bestätige, wird der Job beendet. So einfach ist es in Talent ein Hello World Beispiel zu bauen.